Hallo und Willkommen zu... Wie heißt das Spiel noch schnell? Decision... äh 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 äh... Decision Medieval, ja ok. Jetzt da. Apropos bei Internet Games, genau. Gut, dann fangen wir an, fangen wir an. Was zur Hölle soll man nehmen? Das da. Wär kein Quartas, würd ich sagen. Ist ja saubere. Was hab ich mir da jetzt machen müssen? Ich würd einmal sagen, wir kehlen mal hier und den Zombies. Danke. Nein, nein, nein. Aha, aha, aha. Muss ich denn irgendwie hülsen? Na. Und dann ist schon mal Larnschub. Gut, und was zur Hölle? Ah, da ist schon schon wieder bei mir. Ich weiß, ich kann schon wieder bei mir. Hallo? Okay. Okay. Alter, den Pauge müssen wir aufreisen. Na, da wird weg! Dieser Hinkzell! Warum hab ich auch zu Fuckling gefahren zum Liken? Entschuldigung wegen den Ausdrücken, aber das stimmt ja. ich habe ein schwert gerecht ok der baum ist immer noch besser egal auf die entfernung ich weiß jetzt gar nicht wohin ich gehe aber scheiß drauf irgendwann werden wir wo ich an die züge wahrscheinlich ich will mich einfach umbringen habt ihr das gesehen wo so komischer Hund kommt daher und will mich umbringen ja haha das wars jetzt ist er noch gut ich glaube wir können nicht sterben da doch gut dass wir richtig sind wir legen einfach immer faul am Boden voll schlussmitte und da ist mir das nicht geäußert für was haben wir das jetzt eingesammelt da ist irgendwas ist doch ein haus das lager da ist ein Goethe immer drin doch doch kein meiniger über das ausschaut ja so mit dem schnelle zum aufhöfen schneller aufkürzen kult ja schnell aufkürzen meiner reine schossen um ins knie da liegt ich immer noch wie lange lebsen du geht er ok von mir ah ja das sind ja auch noch eine typen wieder mehr in wolf hat nachher reich mal ich kann mich nicht mehr und drauf oder verdammt noch mal wie viele hunderspannler ja so zu sehen ja da die geile kann durch die körper werden so was von aufpassen das ziemlich geil ich denke schon wiederholt habe ich übersehen, aber ich habe es nicht mehr wenn jetzt endlich wissen wird was wir zur hülle tun müssen Ah, da müssen wir einen Fährkant finden, da müssen wir die Mine, einen Turm finden, da müssen wir die Mine finden, da müssen wir kein nächstes Mal finden, ist da irgendwas? Ja, schaut, da habe ich auch was gefunden, ja, was war das, die Mine, da drinnen ist eine Mine, keine Glauben, aber natürlich, das stimmt, oder doch, ich bin gelangst, dass es mit den Skills steht zurück, gut, jetzt haben wir eigentlich was Spannendes im Letzt bei den Teefeser, die wir so einmal exportieren, wie ist es, hat sie schon wieder da, man, hat es auch so schnell regenerieren zu tun, ich kann Deutsch, ah, das ist der Foto, da waren sie ja gar nicht, das ist ein anderer Platz, äh, äh, voll wie den Pfeil, äh, voll wie der Sippopo, den habe ich unten reingeschossen und da ist er wieder rausgekommen, das stellen wir jetzt kurz vor und das schaut eklig aus, richtig eklig, wo ist da die verdammten, da tue ich ja auch schon wieder einer, hallo, gehst du auf, schon mehr da, und jetzt weg da, nope, da, 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 da ok also warte 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 glaube ich nicht warte 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 wo warte überlebt hat das neue freund ich kann euch nicht trauen jetzt weg in der dritte vorhanden besser besser das war also sozusagen ein großes TNT Lager nicht mal was so müssen ich kann ja auch schon mal kommen richtiger Fail mann NIEIN Tschüss Zombies Chris hab ich gesagt ich habe das ist ja auch zu mir gemerkt was tut er mann jetzt schon wieder wagt ja woher kommt man die ganze Orks her ja früher sind in der Kopf das Leben ist halt so gemeint und jetzt fangt schon wieder Feuer so zu belegen weil ich so schnell marschiere die kann so ein bisschen lohnen müssen Feuer ist ins Kreiz das ist mit Heiterkeit oh je jeder von euch wird wahrscheinlich Godzilla kennen und da kommt jetzt ein neiger Film aus ich je wer mir den anschauen und dann werde ich euch sagen ob der geil ist und dann können sie uns selber anschauen einmal wenn ihr gleich wollt kann ich euch gleich die Geschichte auch erzählen was falsch mit euch jetzt können wir es mal verhalten und ruhig herkommen warme so wie war so wie jetzt kann ich mich wieder bewegen wie ich habe gesehen das war ich mit meiner Axt der mit Dingsbums ist geil und so zu einer großen Reichweite Bobby, was überlebst du? oh das war schon? ok, wir sind am 2.0 in der Farbe sorry und äh ah ah ich habe wegen Angst aber das ist riesig ja ok, das schaut so aus ich will dir mal sagen äh habe ich jetzt keinem wehtun oder? du mein lieber die ganzen 10 Teefe ist er weg und zwar tut Zeichnung weg geh weg ich mag dich nicht mal du Zombie hallo liegen das Zombie du fris du hast recht du hast recht ich mach mal am faulen Boden nochmal legen am faulen Boden, ja faulen Boden ich mit meinem Deitsch da tutscht unter mit Dami da geht es sogar noch ja geht es sogar noch äh äh Alter Alter, wie das wehtun da lebt er noch wie das wehtun muss spontan jemand frühes am Boden vor dem Gesicht und dann braucht er der frühes ein jetzt liegt er gleich wieder weil ich das geil aus schaute steht so auf ich meine liegt er schon wieder am Boden und er kann doch mal gefunden die zweite war um ich höre da Hunde in der Zombie-Runde ich kann nicht singen in der Kamer und 直 удоб und mittlerweile ist das 오 die wall ab ist hat er gerade wieder einen Hund gebellt, weil er einen Leermann geschossen hat, dann werden wir erstens netter, da hinten wird er nicht sein, da hat er dran, boah schon wieder Lektor, entweder kann ich es nur auf der Aufnahme legen, oder, ich habe es liegt an der Aufnahme, gut, da müsste ich meinen, da können wir abhauen, ja, Freiheit, ich bin für das Gefühl, wir werden verrecken, was dummste war, dass ich mich so in die Luft springte, ich bin weg, in die Axt nehmen, in die Axt nehmen, ok, Schlauheit, und übrigens hast du die Intelligenz und mit Schlauheit, das stimmt, dass wir die Flügeln haben, gut, machen wir sowieso wieder aufhören, weil das fix 15 Minuten sind, das ist ja länger, also zwei ja okay ein kämpfen wenn man auch mal machen vor allem die fix das kleid allein geschockt wer geschockt da muss ich mal OST suchen da und da muss ich noch genug für den Bogen gut dann würde ich schon wieder mal sagen tschau schaut auf Stefan seinem Kanal vorbei und bis zum nächsten Video